hallo und herzlich willkommen zurück zu wir wollen nicht im nether enden und wir werden alles versuchen das dem noch klappt so mal kurz in die ecke nein 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 das genau das wollte ich nicht so ich bleibe hinten im blut stehen wer da kommt dann machen wir es halt so ich werde hier nicht vermeiden noch das er weg verdammt auch da kommt er wieder hoch uiuiuiuiuiuiui so die waldfee mach ich mal glaube ich den da nein den da wollte ich haben aua was das doch man so jetzt den da mal kurz weg genommen und in die ecke gesetzt ja natürlich die falsche ecke okay kann man das vielleicht anders machen zack ha viel angenehmer ich hoffe die nase verlieren auch mal etwas was ich einsammeln kann Nein 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 Ich hab gesehen, dass hier unten ein paar sind also Ich muss mal kurz so den da machen dass ich hier wieder normal hochkomme schon wieder es ist ja wie es ja komm du auch schon mal schön wenn man nicht mehr brennen kann der jungs ja verlegen wir in der nase rum war das gerade ein skelett also das wäre jetzt das letzte was wir gebrauchen könnten hier noch gute lacht oder eine wisper jetzt der steht der miese wall hacker popcorn nein ich bin ich brenne ich bin ich bin ich brenne ich bin 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 also ja ja ich muss jetzt warum meine güte die schießen die mich auch noch fast rüber die nasen ganz schön diese kleine kerl auch alle nicht so gott ist das nicht gerade ergiebig ich glaube das billigste wäre echt wir machen uns wir nehmen uns ein sporner mit hey wieso krieg ich von dem hauer ab ein spine slime ach du scheiße spainz blaze war schott ok und ja komm hier habe ich jetzt gar keine lust zu spielen das ist noch so einer wieso kommen jetzt solche hier mit der her ich glaube fast ich mach mal den da und den da tschüss und da da vampiric blaze oh mein gott was kriechen hier bitte für gegner jaja ich bin gerade also moderations wir sind gerade ich war dann ist sie oh nein 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 höh höh 3 blaze uiuiuiuiui uahahahahahaha Oh, hallo! Nein! Also das Blut hat mich hier glaube ich jetzt schon ein paar Mal gerettet. Vier haben wir. Juiuiui. Noa! Hier, jetzt haben sie auch noch Verstärkung geholt. Hier, Schweine! Ähm... Hat sich da gerade ein Gast selbst getötet? Hahahaha! Ja, Blaze! Und weg! Äh, Blaze, natürlich! Was willst du denn für einer? So! In your head! In your head! Ha! Gestorben! Nein! Nein, 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 nein! Ich falle hier die einen in der Nase! Oh, vor der Nase hängen sind ganz schön ärgerlich! Oh, wieder einer mit Namen! Hu! Äh... Da, bitte! Danke! Komm, raus! Nein, komm zurück, Blut! Ich brauch dich doch! Du bist mein Lebenselixier! Hier, gerade in dieser Schlacht! Wie ist es da? Komm, 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 komm! Man, müsst ihr hier denn alles abfackeln? Ihr... Pyro-Bahn! Au, 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 au... H-h-h-h! H-h-h-h! Das hat echt mein Leben bisher schon so verlängert, ne? So massiv verlängert! Ja komm, stirb! Jawoll! Ah, schade, der hat auch welche verloren. Mist! Ah, haben wir ein bisschen Blaze-Paulo wieder. Aber da kommen wir vielleicht sogar noch dran. Das könnte gut gelandet sein für uns. Komm, 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 die Musik passt ja auch gerade so megamäßig hier zu dieser mutigen Schlacht. Ja, er ist auch tot, er ist auch tot, ja. Was ist das? Da liegt er und was? Das will ich jetzt noch haben. Hm? Was immer das auch ist, ich wollte es haben. Huhn! Ich hab den also voll, Aua! Ich will nicht mehr! Hey, Auszeit! Ich will nicht mehr spielen, tschüss! Halt jetzt hier hinten nochmal geguckt, wo ich vorhin auch noch was umgenutzt habe. Ja! Alten Scharfschützen hier. Nee! Garst, jetzt hau ich endgültig ab. Neun Stück, dat soll mir reichen. Oh, ein Imp! Hallo, Imp! Ich will hier weg. Tschüss! So, was zum Teufel sind das? Come on, Treasure! Click to open. Keep to trade, okay? Okay. Ja, wollen wir doch mal gucken, ne? Wollen wir mal? Knowledge Trackment! Was haben wir noch gekriegt? Pausen of Slowness! Ja, super! Gold Coins! Oh, wir sind reich! Also, ja, ich muss ja mich eh... Heiß, das ist die Waldfee! Oh, gerade niemand mehr da? Nee! Auf Wiedersehen! Dann machen die einfach mal in Abwesenheit Party hier, ne? Oh, eine Frechheit aber auch. So eine bodenlose Frechheit, meine Damen und Herren, das geht auf keine Kuhhaut. Ah, wieder da heim! Ich hab überlebt! Ah, 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 ah! Juhu, weg damit! Juhu, weg damit! Was haben wir denn hier alles Schönes? Knochen, Forellen, Necronik, bei uns zwei Stück, immerhin! Ein bisschen Reis, vier Blaze und neun Pauna, sehr geil! Ein bisschen Schusspulver haben wir auch. Äh... Machen wir hier mal gerade so ein bisschen Platz im Inventar für zukünftige Sauereien, die wir anstellen werden. Äh, so... So, dann müssen die Necrotik bei uns, die können wir ja wunderbar später zum Waffenmachen gebrauchen. Hihi, hihi! Blaze Powder und Blaze Rods. Blaze Powder und Blaze Rods. So. Zack und zack, machen wir die erstmal so. Ich hab überlebt. Ich hab überlebt. So, was nämlich dann wichtig wird. Fire... Resist... Aha. Vial of Mechanismen? Äh, neun, ich wollte eigentlich... Ach, stimmt, da gibt's sie ja hier nicht für, ne? Ich stehe hier nicht drinnen. Äh, muss ich mal wieder gucken. Gott, ist das ewig hier. Also, das ist... Ja. Hallo, mein Freund. Äh, Recipes. Da. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal normale Standard. Dann brauchen wir Glowstone. Um Thick Potions zu kriegen. Ne, und dann. Wir müssen... Das war doch mit, äh, Dingsbums. Wo haben wir's denn? Ah, genau, da. Magma Cream. Die wir ja aus denen hier herstellen müssen. Da kann ich mir nämlich dann Fire Resistance machen. Yeah. Gott sei's Willen. What? Wir können auch seine... Ah. Gut. Dann können wir unter Wasser atmen. Aber nicht schlecht. Das könnte man mal gebrauchen. Wenn wir jetzt noch so Night Vision, dann könnte man unter Wasser gehen und so ein Boot mal richtig erkunden. Hm. Magma Cream. Ja, gibt's auch nur Mundane Potion. Ja, Mundane. Das mach ich aber lieber, wie gesagt, mit. Ananether Wards. Eieieieiei. Neigeil. Wir haben's jetzt auf jeden Fall unter... Wir haben sogar eine Potion mitgebracht. Ich hab überlebt. Ich hab überlebt. Also dieses Blut ist echt ein Lebensretter. Jung, 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 jung. So, da haben wir zwei schöne Folgen im Nether zugebracht. Wenn man sie schön nennen mag. Muss mal die Giste. Ich will mein Kram wieder weit. Stopp. Erstmal das Blut wieder in die andere Kiste legen. Danke, Blut. Du hast mir sehr geholfen. So, Knowledge Shrugments gehört nach unten. Reis gehört nach oben. Essen brauchen wir dann auch wieder. Eieieiei. So. Und immerhin wisst ihr jetzt ja auch, wo es dann demnächst hingehen soll, was wir jetzt machen. Wie gesagt, Ender Quarry wird ein Ziel werden. Das ich früher oder später machen möchte. Mal gucken, ob ich das noch vor 200 schaffe. Das weiß ich noch nicht. Aber da möchte ich hin. Und ich sage mal so, wenn das Ding dann läuft, müssen wir ja auch mal gucken, dass wir dann irgendwann kurz oder lang halt hier auch auf ME gehen. Also, es wird jetzt alles nach und nach kommen. Also, no pain, ne? Keine Panik. Es kommt Zeit, kommt Rat. Es kommt. Ha, ha, ha. Ich bin echt nur froh, dass ich diesen Krampf da überlebt habe. Gerade Blaze Jagen im Nessa ist für mich ohne Fire Resistance so eine richtige Quälerei. Ist es ja auch per se auch, ja. Leid, Reis da rein. Danke. Tschüss ist der Reis. Weg ist der Reis. Jawohl. Für die Schlacht, da haben wir uns was verdient. Und die gibt es noch Spaghetti. Mmh. Yum, 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 yum. So. Zack, zack. Jetzt nur noch schnell unsere Ausrüstung wieder hingenommen. Und dann sage ich vielen Dank hierfür. Aber das dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Schlafen können wir auch noch, damit es nicht wieder regnet bald. Oh. Ja. Und die paar Level, die wir mitgebracht haben, ne? Ha, 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 ha. Die paar Level. Mmh, mmh. So, Locasack, Locasack, äh, Locasack. Torches. Schlafesack. Einmal Wasser. Stickies. So. Das Kreiselkram nach oben. Pik, pik, hammer, schaufel. Ext. So. Auch die übliche Sortierung wieder einführen. Bzw. machen. So, 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 so. Ja, zack, zack, zack. So geht's gut. So sieht's gut aus. Ei, 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 ei. Das war ich. Vielen Dank für Gleichheiten und guten Tag. Mmh.